moin und grüß gott aus dem zimmer 105 im castello del sole in wunderschönen ascona am lago maggiore ich habe hier gerade mein zimmer bezogen ein wunderschönes chateau hotel mit eigener versorgung sozusagen doch dazu später hier kommen wir rein in dieses zimmer und haben gleich mal einen kleinen empfangsbereich mit schönem ablage tischchen und spiegel und dann haben wir hier gleich eine kleine toilette wir haben ein waschbecken bademantel dusche und toilette ja dann gehen wir noch mal weiter ins zimmer rein hier ist auf der anderen seite ist der schrank da hängt schon mal meine jacke und dort ist ein kofferblock schirm schuhanzieher sehr schön dann kommen wir ins wohnzimmer rein das sind 105 ist eine schöne kleiner suite hier ist schon mal ein suite pad für die hotelgäste die hotel mappen wasser zur freien bedienung und eine nespresso maschine es leben die alu kapseln und hier in dem wohnzimmer ein kleines tischchen und ablageflächen ein super bequemes sofa eine sehr köstliche begrüßung vom haus herzlichen dank dafür das sieht schon mal sehr lecker und frisch aus ein schöner bequemer stuhl mit einer fußbank perfekt und ein großer fernseher und hier ist der durchgang zum schlafzimmer da ist schon mal mein koffer aufgebockt herzlichen dank dafür ein super bequemes großes bett und ja die nachttischchen mit lampen fernbedienung denn hier ist der fernseher an der wand angebracht und dann haben wir hier auch noch mal schränke mit safe steckdose nein leider nicht aber gut und wäsche sack und kleiderbrüste alles da was das herz begehrt hier ist auch noch mal genügend ablagefläche in dem schrank also hier kann man locker ein paar wochen aushalten und ferien und da sehen wir uns hallo servus etwas abgekämpft raus ist es super heiß und ich habe noch die warmen klamotten an einem großer waschtisch die badewanne schläppchen und so weiter und eine toilette was ganz spezielles bei diesen toiletten das kennt man eigentlich eher aus japan sitzheizung licht und so weiter und so fort und ja das ist solider im blick ansonsten ist hier noch ein persönlicher gruß an mich gerichtet dass man sich im beauty in spa auf mich freut na ich glaube dafür reicht die zeit leider nicht ganz und dann ist da noch ein balkon dann können wir da irgendwie rausgehen wie schaffen wir das hier ist die tür und die tür hier haben ein kleines tischchen und blicken auf diesen großartigen park hinaus da unten ist ein kleines restaurant da kann man zum mittagessen hingehen und dort hinten ist der lago maggiore also ganz bequem kann man da hingehen und baden gehen hier vorne sind die eigenen apfelbäume wir selber hatten gerade eine kleine risotto kochkurs präsentation vom chefkoch des hauses das war extrem lecker ja dies ist also mein zimmer für heute nacht im castello di sole ein rechate hotel am lago maggiore und mit diesem wunderschönen blick auf das schweizer tessiner alpen panorama verlasse ich euch tschau servus und auf bald und 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 und